Soviel dazu, also es ist wirklich, also storytechnisch muss ich sagen, ist die Instanz wirklich geil gemacht. Soviel dazu, also ist die Instanz. 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 Wie ich gerade sagen wollte, storytechnisch ist die jetzt ganz wirklich super, aber das war es dann auch. Und der Schwarzmager übersetzt erstmal. Und der Schwarzmager übersetzt erstmal. Jey und Nerotoll ist geil, ne? Jetzt gehen wir hier nochmal auch schon zu genüge. Auch mehr Zergfest als alles andere. Da kommt wieder in die Mitte. Achso, meine Fähigkeiten sind gerade geblockt, weil ich meinen Buff benutzt hatte. Ja. 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 langweilig ich verstehe schon warum kaum einer die läuft also einerseits total überdimensioniert für zwei tanks und zwei heiler brauchen wir hier eigentlich auch nicht das einzige eher nervige ist wirklich dass man rum und kickt wird dauernd ich stehe mir jetzt als caster extrem nervig vor wenn du von A nach B geschubst wirst die hand das war ziemlich geiler Name ja vor allen Dingen du musst keine Ahnung da kannst du echt nur range die du skimmst was für nervensegen an adds ja 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 Was ist das? Ich würde ihm mal wackeln. Hört ihr, lasst euch nicht rüber achten. Die Hintergrund zu mir geschehen, der Kontakten fehlt nur mehr zu preisen. Nun, Abenteurer, verrate mir doch, wofür kämpfst du so vermissen? Wie überaus edel. Aber glaubst du auch an Eusea? Diese Fassade der Eintracht, die auf Illusionen gebauten stellte, der einlullende Glaube an Götter. Eusea ist ein einziger Filz aus Lüge und Wahn. Würdelos, wie ihr Zivilisierten vor den Götzen der Wilden zusammenzuckt. Sie helfen ihrem Volk, wogegen eure Götter sich dessen kaum befleißigen. Sind eure Zwölf beschäftigt? Verstecken sie sich vor mir. Wenn ihr sie so verehrt, so ruft sie doch wie damals auf der Heide von Cartheno. Oder zögert ihr, weil sie mir unterlegen würden? Und vergesst nicht ihren Tribut. Die Unmengen an Äther, die sie der Erde für jeden Gastauftritt in Rechnung stellen. Seht ihr es nicht? Was sind eure Götter anderes als Parasiten? Genau wie die Primae, die dem Land den Äther entziehen. Ihr ahnt es selbst. Und doch verschließt ihr die Augen. Warum huldigt das dumme Volk ihnen noch? Warum war der große Luis zu blind, es zu sehen? Weil eure Anführer schwach sind, rückgratlos und ohne Willen zur Macht. Die Welt ist für uns weltliche gemacht. Wir sind ihre Existenzberechtigung. Uns gehört sie. Denn wir haben um sie gekämpft, während die Götter schliefen. Und was ist natürlicher, als dass der Stärkste die Schwachen beherrscht? Die Erde blutet aus, weil niemand verhindert, dass man sie zur Ader lässt. Ich aber werde die Ordnung dieser Welt neu errichten. Ich wasche hinweg die Lüge dieser Welt. Ich bin ihre Rettung. Und die Helden wie dich werde ich zermalmen, damit alle Welt meine Stärke erkennt. Dann wird dieses Reich als MEIN Reich neu erstehen. Und zack, noch eine Zwischensequenz. Wuhu. Gab ja noch nicht genug. Ohne Worte. Ja und die anderen, die gucken jetzt theoretisch noch zwei Zwischensequenz. Wuhu. 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 Es ist mir in Kaffee. Ja, es geht manchmal wirklich ein bisschen langsam. Ich glaube, das waren die Flächen, aus denen ich raus wollte. Das blaue Leuchten um hier herum sieht cool aus. Hat irgendwie was. Ich glaube, die Flächen der Flächen um hier werfen. Die Fähigkeit ist cool. Malst du ein lustiges Kreuz in die Luft und nach der Zeit fliegt es los. Ja, extra mehr von Wuhu. Ah, aber diese Sendung hat er noch mal. Das war's. Zack, cool, Nächster. Oh, scheint vor allem noch her bis 2.000 Schaden nochmal zu machen. Hallo, Skarius. Teleporte ich ran. Und das war's auch schon. So, und das war die Zwischensequenz. Das war's. So, und 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 das war's. Ja, das blöde ist halt echt, dass man nicht mehr in die Kämpfe im Nachhinein reinkommt. Man wird auch nicht reingebautet bis auf den Endfight. Warte, die Zwischensekenze wirklich so lange dazwischen. Das war's. Ich muss nur aufpassen, wenn er seinen Laser macht. Das sieht anders aus wie in der Entfernung. Ah, das ist der Wettbewerb. 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 Der Wettbewerb. Und da war Evry draus und... Na komm, da ist er kaputt.